Hallo, herzlich willkommen zu einem schnellen Stefan Probierts. Heute Coco Pops, also Kanox Coco Pops, das was man eigentlich ja sich in die Schüssel packt, hier in Riegelform. Da gibt es auch gar nichts weiter zu erzählen, will ich auch heute gar nicht. Oh, das bin ich jetzt überrascht. Da ist hier noch so was Weißes drin. Soll das die Milch sein? Also quasi die Nachbildung, wie wenn ich das in die Milchschüssel gebe. Ich probiere. Wie sieht trocken? Ja. Und bricht an einem? Ne. Sehr knusprig. Aber zu trocken. Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.